Das habe ich alles auf Jennys Birthday Party gegessen. Sie ist 25 geworden und sie hat einfach eskaliert mit dem Essen. Als erstes habe ich mich an die Candy Bar angetraut. So ein Spieß mit Erdbeern, Schoko und Marshmallows. Dann ein Keks mit ihrem Bild drauf. Dann habe ich mir noch ganz viele Chipsies gegönnt. Mit so Sterntaler und weißer Schokolade innen drin. Dann ein Donut mit Bueno-Füllung. Und dann habe ich mir noch direkt so Popcorn mitgenommen. Cookie Bro durfte auch nicht fehlen. Das ist so Keksteig zum Löffeln. Einen Reese habe ich mir geschnappt. Und einen Muffin in so einem Riesenrad. Mh, das war richtig lecker. Dann noch so ein Bonbon, so Zitronenbonbons. Dann noch so Erdbeergeleeteile. Und dann gab es auch schon das leckere Buffet. Angefangen mit Lama June. Dann ein Krabbenburger von Spongebob. Dann ein Wrap, richtig gesund. Dann ein Samosa, das ist wie so eine Frühlingsrolle. Dann eine Mini-Pizza mit ganz vielen Zwiebelchen drauf. Dann so Traube, Käsespieß und ein Hackfleischspieß.